Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge Let's Play Minecraft Pocket Edition Und ja, diesmal ist mal wieder niemand dabei, ist nicht Livy IP oder Nice Und ja, wir waren mal wieder, wie jetzt schon die letzten Male und das sag ich auch mal am Anfang beim Lager stehen geblieben Und ja, ich glaube die Kisten hatte ich alle hingestellt, genau wir waren gerade hier in der Mitte bei dem Teil Und Holz braucht wir auch genau Dann werde ich erstmal ein bisschen Holz holen gehen Und wie ihr jetzt schon hört, hoffe ich zumindest, im Hintergrund ist Musik, wollte ich mal wieder anmachen Hatte ich mal wieder Lust zu und ja, ich hoffe ihr hört es auch, ich kann mal ein Stück lauter machen So, jetzt müsstet ihr es hören, ich hoffe einfach, dass es mal nicht zu laut ist Oder dass ich zu laut bin oder die Musik zu leise oder ich zu leise Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so funktioniert Und ja, also wir werden jetzt mal versuchen Das Lager zumindest mit den ganzen Kisten und so fertig zu bekommen Und ich will es heute auch in der Folge noch schaffen Die Kisten schon ein bisschen einzuräumen, also das ganze Zeug umzuräumen Mit den Schildern, das machen wir dann halt, wenn das Update da ist Da ist noch ein Baum Wenn das Update da ist und es dann mal Schilder gibt halt Dann können wir das mit den Schildern machen Und ja Demnächst wird übrigens auch ein Let's Show kommen Von einer Welt, die Gut, ich weiß jetzt noch, ob ich gesagt habe, was das für eine Welt ist Ja, werdet ihr dann schon sehen Ich sag jetzt, ich verrate mal noch nichts Ähm, ja Aber ich glaube, ich habe es von dem letzten Let's Play gesagt Auf jeden Fall wird ein Let's Show kommen Von einer sehr geilen Welt Und von einem bekannten Let's Player sozusagen nachgebaut Und da Gut, das werdet ihr dann schon sehen, was das wird Und jetzt überlege ich gerade, wie ich das hier mache Ich könnte es so machen Obwohl ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Kisten Hm Das ist jetzt so eine Frage Äh, ich könnte mal, ich mach das mal kurz weg So Ähm, mach ich mal hier was hin So Ja, ich mach hier erstmal Ich mach das jetzt erstmal einfach so Turum, 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 turum So, ähm So könnte ich natürlich auch machen Dass wir hier in der Mitte, könnten wir ja solche sonstigen Kisten hinmachen Genau, das ist eigentlich eine Idee Weil ich habe immer gerne noch so Sonstige Kisten Weil manche sind jetzt zum Beispiel Betten oder sowas Das weiß man einfach nicht, wo man das hinmachen soll Hö, das sieht so lustig aus Ne, das ist auch irgendwie sinnlos Ich habe gerade so das Gefühl, dass die Musik ein bisschen zu laut ist Ich Ich mach mal noch eins leiser Äh, hoffe, dass das geht Ähm Ähm, 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 ähm Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Oder ich mach's natürlich noch so hier Das geht auch, aber dann Ja, dann würde ich das hier wieder so machen Und dann Na, das wird ja auch zu wenig Wir können das ja dann auch im Nachhinein ausbauen Wenn die Kisten hier an der Seite zu wenig werden Ich glaube, das geht eigentlich so So Ähm, ja, mir hat so hier eigentlich am besten gefallen So, das ist ja in der Mitte ein riesen Klotz Das sieht dann auch doof aus Moment Ich mach das mal ganz schnell noch weg So Puh Ja, wie machen wir das am besten? Ich könnte natürlich auch hier Kisten hinmachen Da, ähm Ja, das ist Ja, das ist jetzt wieder mal so doof wie immer Ich mach's jetzt hier hin Das Glaubt dann schon Das sind dann sozusagen die sonstigen Kisten Und die werden auch nicht irgendwie gestapelt Die lassen dann einfach so Auf jeden Fall muss genau aufgehen Eine bleibt übrig, genau Das passt auch schon So Sieht jetzt vielleicht nicht so toll aus, aber Ja, es geht schon Kann ich jetzt in der Mitte noch hier Öfen würde ich hier hinmachen Ja, ich werd hier ein paar Crafting Table immerhin machen Du, 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 du , du, 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 du Da hatte Man auch nichts mehr Dann stehe ich noch mal den hier schnell hin und hole mal ganz schnell noch ein bisschen Holz bis da was ich glaube ich und macht die anderen bei mir ab weil das ja noch die alten Bäume sind von den älteren Version und das sind ja solche Tannen Stämme von Tannen und das mache ich mal ganz schnell anders soll ja eigentlich nicht so sein M ja wir werden dann erstmal mit Klaustern das alles ausbauen und da freue ich mich auf jeden Fall schon übelst drauf weil Klaustern ist ja jetzt was relativ Neues und das ist ja also ich finde Klaustern einfach ziemlich geil weil die Fackeln die sehen manchmal ziemlich schäbig aus und da gefällt mir das schon eher Klaustern also die haben die Entwickler sich das haben das sich gut einfallen lassen das klingt schon mehr so komisch ähm Kräfte der Werbung aber auch mal eigentlich gar nicht zwei müsste reichen und und du bist jetzt vielleicht ein paar viele die in den Kliniken die in den Kliniken oder was soll ich das hier nochmal draufstellen ich kann jetzt hier nochmal Ölfen hin machen ich denke Stein habe ich ja genug da es müssten jetzt vier Ölfen werden ähm da so dahin ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben wie ihr das hier findet ob euch das gefällt oder so und jetzt kann ich natürlich auch die Kisten ich kann doch die Kisten so rum machen dass die so gucken gucken ja weil Kisten ja auch gucken können ähm ja ihr könnt das ja mal in die Kommentare ach müsst ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben wie ihr das gerne wollt wollt wolltetest äh 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 ich könnte jetzt das hier unter das Kreuz hier gefällt mir dann so richtig ähm ja wir können erstmal schlafen gehen wäre eine Idee erstmal eine Nacht zu überschlafen und dann geht das schon ähm ja gut ähm ähm ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben wie euch die Musik überhaupt gefällt ob euch die überhaupt nicht gefällt ob euch die sehr gut gefällt ähm ob die nervt im Hintergrund ob die überhaupt nicht nervt im Hintergrund oder ob die zu laut war zu leise war oder ob ich zu laut war oder zu leise war äh könnt ihr alles immer mal in die Kommentare schreiben so ein Feedback ist gar noch mal so schlecht weil nur so kann ich ja verbessern obwohl das mit der Lautstärke von der Musik das guck ich dann da guck ich mir das List Player nochmal an und ja da versuche ich das dann mal mir zu merken welche Lautstärke das war und ob das geht und so weiter Mist 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 ich wollte gerade noch Zaun machen hat nämlich so eine Idee aber ich weiß noch ob das gut aussieht werden wir gleich sehen ich wollte mich hier in der Mitte so eine Art Zaunhalte machen ich wollte mich hier in der Mitte so eine Art Zaunhalte machen aber das ist das Leben aber wenn das so geht dann noch zu dem Bauch der Düsseldorfer ich wusste es jetzt dass es geht ich wollte auch mit drauf aus dass es nicht geht so wie hoch ist auch zwischen Füßen hoch so lasst es einfach mal weg damit ja das wird dann natürlich ans Dach so angekoppelt und ja wie machen wir das am besten das ist schon eine Sache ähm ähm und jetzt wie ich das hier mache das ist so eine Sache ich werde jetzt hier da bräuchte ich aber noch mal ähm Brickstone so ah die Musik ist so schön beruhigend ja also ihr könnt mal in die Kommentare schreiben bitte wie hat die Musik denn von der Erde das wird dann hier eigentlich doch zu dunkel ich glaube ich klemmere hier ein paar Fackeln dazwischen so ähm ja mach ich die jetzt mal immer hin so so ich hab grad kein Thema über was ich reden kann deswegen gehe ich immer manchmal auf die Musik ein oder sage einfach nur sooo wenn ihr irgendein Thema wisst über was ich mal reden kann dann könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben ihr könnt eigentlich ziemlich viel in die Kommentare schreiben naja also wenn ihr da irgendein Thema habt wisst oder wollt dass ich mal gerne reden soll dann schreibt das mal in die Kommentare ich bin für fast jedes Thema offen für fast jedes Thema und ja hier könnte ich das mal eigentlich so machen ja der Eingang gefällt mir zwar nicht so richtig aber geht schon ich lass den jetzt erstmal so die nächsten paar Folgen und wenn es euch nicht gefällt dann schreibt es in die Kommentare zum tausendsten Mal so na komm ich bin zumindest froh dass wir jetzt endlich mal ein richtig 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 schönes Lager haben und ich glaube ich räume das jetzt erstmal ich denke mir ich brauche das noch ein bisschen Stein wenn ich nicht mal was im Lager habe oder wenn wir nicht mal was im Lager haben ja gehen wir erstmal gucken so ich glaube jetzt fängt es wieder von vorne an ja das waren schon alle also es ist ich habe jetzt hier 8 Lieder ähm in der Playlist und wer sich fragt wie ich das mache das mache ich mit Garry Spellen also ich habe die Lieder selbst gemacht und ja ihr könnt halt einfach mal in die Kommentare schreiben wie euch die gefallen ob es die euch überhaupt nicht gefallen oder so das habe ich jetzt alles schon ein paar mal gesagt deswegen will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen äh Kohle 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 brauchte ich noch Kohle da ich weiß nicht was wir dann hier mit dem Lager machen weil das das wird ja dann sozusagen leer geräumt und was hier draus wird auch nicht weiß ich auch nicht weil das ist ja dann mit dem Lager drin ähm ja wenn euch was einfällt könnt ihr sagen wenn nicht dann lasse ich mir was einfallen und sehen irgendwas wird schon werde ich schon dahin machen obwohl ich eigentlich nicht oder wir machen den Raum halt zu oder lassen den einfach so stehen als kleine Besenkammer oder sowas so lustig ähm werde ich sehen irgendwas finde ich da schon was daraus werden kann so jetzt kommt das hier noch rein und dann äh da werde ich sehen sooo was waren hier überhaupt nochmal drin aha Klausternpulver äh 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 ich wollte das hier noch zusammenfügen ganz schnell was bei den Öfen immer so komisch ist und komm genau sooo was soll ich jetzt mal machen ah ja genau äh 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 ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich nenne jetzt einfach Brickstone geht schon oder halt Stonebricks sooo und die Folge ist dann auch schon bald wieder vorbei ähm ich überleg grad mal kurz was ähm äh 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 ja ich kann mal die Folge versuchen auf die Minute genau zu machen also das habe ich glaube ich schon mal versucht und ich versuche mal die genau 15 Minuten lang zu machen die Folge so ähm dann müsste ich rein theoretisch 10 Sekunden nach 15 ja müsste eigentlich rein theoretisch funktionieren ähm dann werde ich nämlich gleich Schluss machen ich mache Schluss mit euch äh nein ähm ähm ja ich habe mir ja schon überlegt noch ein paar andere Lieder zu machen aber mir fällt grad nichts mehr so richtig ein was ich da noch machen könnte ähm ja wenn ihr mal ein paar Lieder machen wollt weil ihr grad so Lust drauf habt oder so und wenn ich die dann im Let's Play benutzen darf äh dann werde ich vielleicht auch wenn ich es erstmal benutze kann ich euch ja dann erwähnen oder sowas dass ihr die Lieder gemacht habt also ich werde die dann natürlich nur benutzen wenn sie auch gut sind und und ja also nur wenn ihr wollt ihr müsst das jetzt nicht irgendwie machen auf Krampf oder sowas ist mir dann auch egal ein ähm achso jetzt ist das hier mit ich baue jetzt erstmal hier drum rum und dann würde ich gleich mal sagen tschüss bis zur nächsten Folge äh das ist dann die 134 sind schon ziemlich weit muss ich sagen äh morgen kommt kein Video ist ja Montag und ja jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit damit das auch auf die Minute genommen wird aber da würde ich jetzt einfach nichts mehr machen guck ich hier bloß noch so ein bisschen doof unter Gegend herum so und nach 20 Sekunden wollen wir den Countdown wollen wir den Countdown zählen wollen wir es tun und 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Tschüssi 10 11 11 13 14 15 15 15 16 16 17 15 15